Meine Lieben, ich hoffe, euch geht's genauso gut wie mir, denn heute vor fast einem Jahr, also vor genau elf Monaten, lief mein erster John-Sinclair-Podcast und ich muss sagen, ich war damals super aufgeregt, hatte ein bisschen Bammel, denn ich hatte vorher noch nie einen Podcast gemacht und war auch noch ziemlich neu zurückgekehrt ins John-Sinclair-Universum nach über 30 Jahren oder so und dann wurde ich direkt ins kalte Wasser geschmissen. Peng! Interview mit dem Meister höchstpersönlich, Jason Dark. Aber das Interview, das war so schön und hat mir so viel Auftrieb gegeben, diesen Podcast hier so gut wie mir eben möglich ist zu rocken, dass ich mir jetzt dachte, ich kann das erste Jahr nicht abschließen, ohne nochmal mit ihm zu sprechen. So, ja, Jahresabschlussgespräch, würde ich sagen. Und normalerweise passieren solche Gespräche in engen, sterilen Räumen, da ist dann alles total förmlich und so, aber nicht bei uns in der Sinclair-Crew. Ich habe mich mit Jason Dark bei strahlendem Sonnenwetter draußen auf die Dachterrasse von Bastei-Lübbe gesetzt. Das ist sozusagen der Kreativraum bei Bastei-Lübbe in unserer Sinclair-Crew, da wo die wichtigen, coolen Ideen entstehen. Also da kann man sich hinsetzen, sein Mittagessen knabbern oder an seinem Kaffee nippen. Da guckt man über die Dächer von Köln, sieht sogar noch den Dom und kann sich da coole Sachen ausdenken. Und ja, da haben wir uns nett hingesetzt und geplauscht. Und normalerweise sind solche Gespräche natürlich streng geheim, aber nicht bei uns. Ihr dürft natürlich reinhören und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Ein Jahr ist es jetzt fast her. Und ihr könnt euch vorstellen, es ist schön, wenn man Vorstellungsgespräche nicht so in dunklen, engen Büroräumen macht, wo der Chefe da sitzt und dann sagt, wie war denn so das letzte Jahr? Mein Chef ist cool. Der hat gesagt, wir gehen in die 6. Etage von Bastei-Lübbe. Ganz oben auf die Dachterrasse. Gegenüber von mir ist der Dom. Und man hat das Gefühl, man kann ganz weit gucken. Leider stört mich gerade hier so eine dumme Baustelle, die ihr wahrscheinlich im Hintergrund hört. Die kann irgendwie nichts bei dieser wunderbaren Idylle. Tja, und mein Chef, das ist der einzig Wahre. Das ist der Dienstälteste der Autorenrunde bei John Sinclair. Ihr nennt ihn vielleicht Jason Dark. Ich nenne ihn, Sir Jason Dark. Großartig, dass ich dich wieder sehen und treffen und sprechen darf. Was hat sich getan in dem letzten Jahr? Ich meine, für uns, also für mich war es acht Monate Hausarrest. Was hast du gemacht? Erstmal herzlichen Dank dafür, dass ich geadelt worden bin. Sir Jason, ja, wunderbar. Und das Jahr ist ja sehr schnell vergangen. Es war, man kann sagen, man kann es teilen, es war einmal ein Scheißjahr durch Corona. Und du hast ja selbst gesagt, du konntest auch nicht viel machen. Ich ja, ich bin ab und zu mal nach Düsseldorf gefahren, nach Köln, nach Dortmund. Ich musste raus und habe das auch gut überstanden, bin jetzt zweimal geimpft und habe das Glück gehabt, im Haus arbeiten zu können und ein Haus zu haben mit Garten, sodass ich Sinclair-Romane habe schreiben können. Nicht so viel wie sonst, weil ich keine Lust hatte, aber immerhin, es sind ein paar geworden. Das ist aber auch spannend. Ich meine, ich finde das sowieso, ich glaube, das erste Mal, als wir uns getroffen haben, das war auf der Sinclair Night, da bin ich ja auf dich zugegangen, als du mal alleine standst. Und das Erste, was ich gesagt habe, und das tue ich immer noch, ich bewundere dich total dafür, dass du mit Mitte 70 überhaupt noch Bock hast. Ich meine, du kannst ja auch sagen, komm, ich gehe in Rente, komm, Bock mehr, ich ruhe mich jetzt aus. Dass du immer noch die Ideen hast, wie kommt das? Ja, was soll ich sonst machen? Meine Frau würde anfangen zu toben, wenn ich den ganzen Tag da sitzen würde oder vor die Glotze gucke oder nein, nein, nein. Und Hausarbeit kann ich sowieso nicht machen, bin ich zu blöd. Aber ich denke auch, dann schreibt sie doch noch zwei, drei Rumänchen im Monat, manchmal nur einen auch, wenn ich in den Urlaub fahre. Und ansonsten, dass ich es ganz locker angehe, schreibe praktisch ein Drittel weniger und komme damit gut zurecht. Hast du denn immer noch so richtig coole Ideen für Sachen, die dir immer noch so einfallen? Irgendwie, keine Ahnung, wenn du so rumrennst, irgendwie im Garten oder im Haus oder auch wenn du irgendwo bist wie früher? Oder ist das weniger oder anders geworden? Ja, komischerweise habe ich noch die Ideen, die sind jetzt ausgefallener als früher. Zum Beispiel schreibe ich gerade an einem Roman, die ersten 10 Seiten habe ich geschrieben, über eine demenzkranke Frau, die von zu Hause abhaut in ihr ehemaliges Haus am Wald und plötzlich erlebt die dort schlimme Dinge, dass irgendwelche Geister kommen, dass in den Wänden sich Gestalten abmalen. Und mal sehen, wie es weitergeht. Wahrscheinlich glaubt ihr erstmal niemand und jeder sagt, naja, das ist wahrscheinlich kommt von ihrer Krankheit, liebe Frau, so und so. Doch, die Tochter hat ihr geglaubt. Die hat den Sinclair geholt. Ah, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Hast du denn, ich meine, gerade jetzt auch während Corona oder so, hast du da irgendwie, keine Ahnung, dir mal die eine oder andere Netflix-Serie oder das eine oder andere Buch als Inspiration geholt? Nee, nee, ich habe inzwischen ganz wenig Belletristik gelesen, eigentlich nur Sachbücher. Im Moment lese ich einen dicken Schinken, die Freimaurer. Oh, cool. Ja, oh, 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 das war schlimm. Damals, vor ein paar hundert Jahren, als sie die gründeten. Sehr interessantes Buch, 600 Seiten, aber ich komme schon durch. Im Moment lese ich ein total spannendes Buch zur Geschichte von Avalon und ich bin ja ein großer Fan von Glastonbury. Ja, ja, das gibt es ja wirklich. Ja, ich war da. Englische Jungser, die macht, du warst da. Ich war da. Es gibt sogar Bilder von mir auf dem Glastonbury-Tor. Ui, ach, das gibt es auch, ne? Ja. Habe ich ja nicht erfunden. Nein, das heißt, das Tor gibt, also der Tor, das gibt es und darunter ist ja Avalon. Ja, angeblich, ne? Wir müssen da mal hin, zusammen. Ja, meine Frau will ja immer nach England und ich sage, willst du den Linksverkehr haben? Ich habe ja keinen Führer schon und sie fährt, ne? Ich wollte das ja eigentlich, ich will das immer noch. Du kriegst noch irgendwann hoffentlich, bitte bleib gesund, weil ich möchte dich gerne entführen. Ich möchte gerne eine Führung mit dir durch Scotland Yard machen. Ich meine, London und England ist ja meine zweite Heimat und wir beide müssen da hin. Also, Hennis nehmen wir mit. Ja. Hennis Bender nehmen wir mit, unseren YouTube-Host. Nein, 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 nein. Und wir fahren nicht. Als Gepäckträger. Tja, lieber Hennis, dein Job ist schon mal gesichert. Sir Jason braucht dich als Gepäckträger. Naja, wir waren, ich war ja in England, nicht? Ich habe ja eine Schiffsreise gemacht, um England beziehungsweise Schottland rum, nicht? Die hat mir sehr gut gefallen, vor allen Dingen die Stadt Edinburgh, die, oh, die... War die so toll. Ja, da habe ich mich sehr wohl gefühlt. Ich war mal, eine Freundin von mir hat da gewohnt und die hat unterrichtet an der Schule, wo in der Nähe, also, oder eine von den Schulen, die zumindest ausgeguckt worden sind, ich bin jetzt nicht sicher, ob es die Schule dann am Ende war, wo Harry Potter gedreht wurde. Ach, toll. Und ich war da drin, das war so geil. Deshalb, wir haben da so viele junge Leute gesehen. Das ist also eine große und bekannte Studienstadt, nicht? Ja. Studentenstadt, ja, super. Da müssen wir, wie gesagt, wir müssen das machen. Dann kriegst du eine Scotland Yard-Führung und, ja, dann gucken wir mal vielleicht, ich weiß ja, deine Frau ist ja totaler Beatles-Fan. Ja, wir waren ja auch in Liverpool, das war für die, ach, die heilige Zeit. Nur Beatles, Beatles, Beatles. Dann musste sie sich mit meiner Mama unterhalten, die ist ja auch so ein großer Beatles-Fan. Wahnsinn. Dann müsst ihr beide aber auch, ich meine, ich bin Musikjournalistin, ich sollte es hinkriegen, dass ihr ein Meet & Greet mit Sir Paul McCartney kriegt. Ich meine, When Sir Jason Met Me Sir Paul. Na, Met Me Sir McCartney, ja. Musik, oh, schön, ich liebe Musik. Hörst du denn auch so, ich meine, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ne? Ich habe es tatsächlich in einen Sinclair-Roman geschafft. Ich weiß nicht, ob man dir das erzählt hat, aber einer der Autoren hat mich reingeschrieben, der Florian Hilleberg. Und zwar, ja, also es kam daher, dass ich, eigentlich ist Hennis schuld. Hennis und ich haben uns unterhalten über David Bowie und wir sind beide große Bowie-Fans. Ja. Und ich bin dann nach Hause gegangen und habe bei Facebook gequengelt, ich kann mich nicht entscheiden, welches Album ich geil finde. Und daraufhin hat Florian Hilleberg das als Thema gefunden, weil ich gedacht habe, Mensch, warum kann John Sinclair nicht mit David Bowie Geister jagen? Und dann hat er das als Inspiration genommen und hat mich einfach reingeschrieben. Ja, super. Auch vielleicht, mal gucken. Wenn es passt, werde ich dich auch noch reinschreiben. Ach, was für eine Ehre. Ja, 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 ja. Gleich doppelt. Ich könnte direkt in den neuen Roman, da fehlen mir noch Personen. Außer eine unheimliche ägyptische Prinzessin oder so. Oder Göttin, ja. I love you. Eine dreifache Göttin wollte ich den Roman eigentlich nennen. Ja, siehst du, so spielt das Leben. Ich liebe diesen Mann, er ist ganz toll. Kannst du mich adoptieren? Ja, gut. Sag mal, ich meine, viele, viele kennen John Sinclair ja immer so ein bisschen aus den 80ern. So Mordliga, der schwarze Tod, was weiß ich. Aber ich meine, was mich jetzt an diesem Roman halt auch mit David Bowie, da dachte ich so, das war eigentlich das, was Jason eigentlich früher ganz viel gemacht hat. Also Popkultur mit einzubringen oder auch so Dinge, die halt passieren. Also Sachen wie jetzt, du hast ja auch so ein bisschen mal den Brexit erwähnt. Hast du sowas öfter vor? Weil ich glaube, das holt John Sinclair auch so ein bisschen ins Heute. Ja, immer. Ich war früher allerdings besser dran. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du da überhaupt schon geboren wurdest. Da trafen sich auf Island der Reagan und der russische Präsident und haben verhandelt. Doch, da war ich schon da. Oder Island, Rekia Vick und da so. Und da habe ich einen Roman drüber geschrieben, so einen Gulen-Roman. Oder ich bin ja ein riesiger Fußballfan. Wenn irgendwelche Fußballspiele waren, die habe ich auch reingebracht. Und natürlich 9-11, die Schweinerei da in New York. Das war klar. Das habe ich auch reingebracht. Aber ansonsten, ja und wichtige. Wie gesagt, Brexit. Ärger-Testing klärt sich drüber. Ich denke, Fußball kann man jetzt auch mal wieder machen. Es ist ja jetzt EM, nächstes Jahr ist WM. Und ja, also... Ja, dazu kann ich immer was sagen. Vor einigen Jahren, vielleicht ist das zehn Jahre her, wurden wir im Verlag einig, mach, schreib doch mal einen Fußball-Roman über Borussia Dortmund. Ich habe ja da an sich, es gibt Auerkarte und so weiter. Und gegen Bayern München. Das habe ich gemacht. Und damals der Vertriebschef, der Kraus, der hat gesagt, und jeder Zuschauer, der kommt, bekommt dann einen Zinkler-Roman. Das wären dann so 80.000 gewesen. Ja. Ich habe den Roman geschrieben. Ich weiß schon, der fing an. Da lag da der Masseur mit dem gelbschwarzen Schal um den Hals, ermordet in der Mitte des Spielfelds. Mir hat das unheimlich Spaß gemacht, den Roman zu schreiben. Aber ich habe ihn dann zum Lesen gegeben. Er wurde nicht angenommen. Oh nein. Ja, man hatte Angst, dass die brasilianischen Spieler sich darüber aufregen, dass es da um Vudo und Macumba ging. Aber es ging doch um Bayern München. Ja, auch. Ja, die spielen ja viele Barlierer. In Dortmund waren viele Brasilianer. Ah, okay, verstehe. Und dann war die ganze Sache erledigt. Schade. Och, nö. Das ist ja scheiße. Aber ich meine, stell dir mal vor, so Mo Salah in einem, ich meine, Liverpool ist sowieso geil. Deutscher Trainer, ägyptischer Top-Spieler. Klopp wäre bei Dortmund nicht früher. Da hättest du auf jeden Fall so für die nächste WM, kannst du ja sagen, es gibt bestimmt was Spannendes. Die haben Fußball-Roman, muss ich mal sehen. Ich finde, it's time, ist mal wieder Zeit, so irgendwie, denke ich. Gehst du eigentlich überhaupt noch viel aus? Ich meine, es ist ja jetzt irgendwie, ich meine, abgesehen von der jetzigen Zeit, wo alles dicht ist, hast du überhaupt noch Bock auszugehen viel? Oder bist du eher so ein häuslicher Mensch, sitzt eh gerne zu Hause im Garten? Ja, ich sitze jetzt zu Hause im Garten. Ich gehe, wenn ich überlege, wann ich zum letzten Mal essen war, groß, doch, ach ja, vorige Woche, stimmt. Die Post in Odental, die hat ja wieder geöffnet. Ja, da habe ich ein paar Königswerker Klopse gegessen. Voll lecker. Ja, aber sonst, nee, zum Enkelkindern fahre ich auch nicht. Ja, im Moment ist ja halt eh doof, ne? Ja, ja, wohl zu den Verwandten, ja, ja, meine Nichts ist Friseurin, da fahre ich dann hin zum Haareschneiden und, ach, sind dann auch, wann war das denn, vorige Woche waren wir in Münster, da haben wir gegessen in einem Hotel, doch, da ging's, da haben wir mit sechs Leuten da gesessen und, ja, das ging ja alles, wir waren alle geimpft oder hatten einen Test gemacht und ich hatte doppelte Impfung, wir haben da geschlafen in Münster, das geht so lange da wieder los. Da wird auch echt mal wieder Zeit. Ja, 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 aber du bist ja viel schlimmer dran. Ich kann ja nur sagen, kann man gar nicht vergleichen, ne? Ach du, ich finde das, also für alle bitte. Sag ich mal, gut, ich habe nur zum Verständnis der Hörer, ich habe halt so eine Krankheit, die ist scheiße, die heißt Myasthenie, das ist eine neuromuskuläre Erkrankung, die ist im Griff, die wird behandelt, aber wenn man Corona kriegt, wäre es ganz schlimm, weil die Muskeln dann schlapp machen bei dieser Krankheit und deswegen habe ich ja so acht Monate einfach nur zu Hause gesessen. Übrigens war John Sinclair da ein ganz toller Begleiter. Das ist schön. Ach, mir fehlt die Musik, die Philharmonie zum Beispiel, die Oper. Das fehlt mir. Philharmonie, die Oper. Gingst du gerne die Oper? Ich ging gerne, aber jetzt das scheiß Staatenhaus. Das gefällt mir nicht, obwohl ich ärgere mich, ich habe eine tolle Oper verpasst, den Faust, der in der letzten Woche Premiere hatte, aber Staatenhaus, ja. Und es war mir zu warm. Naja, das kann ich verstehen. Ich liebe ja, ich meine, die englische Version von Faust ist ja The Tempest von Shakespeare. Ja. Und die liebe ich ja total. Und Margarete heißt sie ja auch von Faust. Ja. Bei uns in Deutschland, ja. Ja, und die Geschichte von Faust ist ja auch total. Die ist klasse, ne? Ich habe nicht sehr viel von Goethe gelesen, aber in Faust schon eins und zwei. Habe ich noch zu Hause. Kennst du eigentlich die Geschichte von Dr. D.? Also Dr. D. ist ja sozusagen, ist ja eigentlich der wirkliche James Bond. Hat ihn als Alchemisten angesehen, aber er war auch der Berater von Königin Elisabeth I. Und sie hat ihn als Agenten eingesetzt und er war der Erste 007. Ach, dann hat der Autor, der hat den Autor, der hat den Autor, der hat den Autor, der ist ja der Name eines Vogelkundlers, ne? Genau. Und dann hat Dr. D., was hatte der? Dr. D. ist eigentlich der wahre James Bond, der lebt im 16. Jahrhundert. Ach, Elisabeth I. Maria Seward, ja, ja, stimmt, im 16. Jahrhundert. Das war Elisabeth I. damals und Elisabeth I. hatte ihn als Berater, Dr. D. Ach so, ja, das kenne ich nicht. Das musst du dir unbedingt mal geben. Also recherchier mal Dr. D., weil der war echt der, das wäre natürlich... Schreiben D. E. 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 Genau, richtig, genau so. John D. Er hieß auch John D. Also eigentlich wäre es ja cool, wenn irgendwie John Sinclair auf den Geist von John D. Oh, das ist eine gute Idee. Weil er ist ja der erste 007. Ich gebe dir heute noch Ideen. Ja, ja, wunderbar. Ich bedanke mich. Schon im Voraus. Nein, ich ruhe eigentlich nur noch mal darum, noch mal zweites Mal in einem Sinclair aufzutauchen. Ja, ja, man kann sehen. Also ich habe ja erst zehn Seiten geschrieben von dem Roman. Da fehlen mir noch Personen. Da kannst du... Ähnlich mit Y-Long. Richtig, wie die Winehouse. Oh ja, die höre ich gerne singen. Die hat nur so viel abgenommen, da fällt sie mir nicht mehr. Ja, die ist jetzt tot. Ach so, ach, ich habe... Ja, stimmt. Nee, ich habe die jetzt verwechselt mit der, die Skyfall gesungen hat. Ah, Adele. Da bist du ja wie meine Mutter, die liebt Adele auch. Ja, aber die hat so viel abgenommen. Das ist so dürr geworden. Ich finde das aber... Als sie so mollig war, sah die auch gut aus. Ja, sicher, Geschmäcker sind eben... Aber sie hat eine tolle Stimme. Ja, sicher, klar. Aber so dünne Frauen, wo man sich blaue Flecken holt, das ist doch nichts. Stehst du denn eigentlich, also in Reality, dann stehst du ja wahrscheinlich eher auf Glenda, weil Glenda ist ja deine Frau. Ja, so ein bisschen, ja. Das ist schon mal gut zu wissen. Also Sir Jason ist Team Glenda, das ist gut. Gefällt mir. Was hast du denn demnächst noch vor Spannendes? Ich meine, abgesehen von Sinclair-mäßig, oder gibt es irgendwas richtig Spannendes, wo es jetzt so ein bisschen offener wird und alles wieder losgeht? Sowohl literarisch als auch persönlich, hast du irgendwas Spannendes vor? Urlaub vielleicht? Ja, Urlaub. Und übernächste Woche. Wohin geht's? Ich bin schwarz, weil du dann den Bodensee. Cool. Ganz einfach. Für fünf Tage. Schwimmen? Bitte? Nee, nee, nee. Ich bin kein großer Schwimmer. Du musst nicht mit meinem Papa, der ist auch nicht gerne schwimmen gegangen. Aber sonst, was vorhaben, nö. Ich lasse alles auf die Zug kommen. Ja, sicher. Ich freue mich über Sinclair, über Johnny Sinclair. Stimmt, der kommt ja jetzt auch. Ja, ja, dass sie verfilmt werden die Folgen. Hättest du dir das je gedacht, dass es irgendwann mal so massivst ausartet mit Johnny Sinclair und Sinclair Academy gab es ja auch und dann gab es ja auch mal die englischen Hörspiele. Hast du dir das damals gedacht, als du losgelegt hast? Nein, nie. Habe ich mir nie gedacht. Ich habe auch nicht gedacht, dass ich als alter Sackler noch schreiben würde. Aber es ist so gekommen. Ich freue mich. Ich mache weiter. Und Johnny Sinclair, das hat mir sehr gut gefallen. Nur, dass die Autorin dann nicht mehr weiterschreibt, das wundert mich ein bisschen, um es mal positiv zu sagen. Mensch, da hätte ich doch Spaß gehabt, wenn ich so höre, oh komm, das wird verfilmt, dann mache ich doch noch ein, zwei Romane. Aber ist wohl nicht mehr. Schade. Finde ich auch sehr, sehr, sehr schade. Ich meine jetzt auch hörspielmäßig, jetzt kommt die 150. Folge von der Edition 2000. Ich meine, das ist unfassbar. Hätte ich mir auch nie gedacht. Nee, nee. Aber als der Oliver Döring anfing und ich hörte die ersten Ausschnitte, sag ich mal, die sind auf Weier. Das wird was nicht. Und richtig. Ich weiß nicht, habe ich dir das erzählt, dass ich eigentlich bis 2019 überhaupt nichts von der Edition 2000 wusste. Oh. Ich war, pass auf, ich war, ähm, was war es? 2000, ich bin ja ganz lange krank gewesen, habe ich dir erzählt. Und dann habe ich ja auch nicht richtig sprechen können. Und dann habe ich total aufgehört, Hörspiele zu hören. Einfach, weil ich irgendwie dachte, toll, ich habe ja früher gehörspielet und dann dachte ich, die können alle sprechen, du nicht, toll. Und, ähm, dann bin ich ja wieder gesund geworden und meine Physiotherapeutin meinte dann mal zu mir, kennst du eigentlich John Sinclair? Ich so, ja, ja, Tonstudio Braun. Von aus den 80ern. Da war ich voll der Fan. Und sie so, nee, nee, komm. Komm, ich gebe dir mal was zu hören, zum Kind, ne? Und dann hat sie mir so einen USB-Stift gegeben, da waren dann irgendwie die ersten 40 Folgen drauf. Und ich dachte, ich war dann irgendwann krank und hatte keine Bücher und wusste nicht, wohin mit mir, hatte irgendwie Schnupfen und dachte, ja, komm, was ist nichts zu tun? Dann schieb halt diesen USB-Stick da ein. Und dann war ich suchtig. Das war so richtig schade, ja. Und dann, dann habe ich mir die anderen besorgt und kurz danach habe ich dann rausgefunden, dass mein lieber WDR 2 Kumpel und Kollege Mike Litt, den du ja auch kennst, auch Fan ist und der hat mich dann auf die Sinclair Night geschleppt. Und so habe ich dich ja kennengelernt. Ach, so war das. Und, ja, und dann habe ich ja den Beitrag über dich für die BBC gemacht. Ja, und wie ist sie angekommen? Oder wie ist er angekommen, der Beitrag? Super ist der angekommen, weil die Verena hat den, die muss den dir mal, also es gibt auch einen Beitrag beim Deutschlandfunk, der ist auf Deutsch, den kannst du auch hören und den von der BBC. Ich weiß nicht, schade, wenn du mir irgendwie eine E-Mail-Adresse oder so, dann schicke ich dir den gerne zu. Ja, aber ich finde ich immer noch... Pass auf, dann brenne ich dir den auf eine CD. Ja, das geht. Dann brenne ich dir den, dann gebe ich dir Verena und die gibt sie dir dann irgendwie weiter. Ich habe wohl so ein, wie heißt das? Ein iPad. Ein iPad. Das ist aber, da will ich auch nur für mich. Zum Beispiel, Entschuldigung, Glastonbury. Ich denke, verdammt nochmal, finde ich nicht mehr im Lexikon, aber im Internet, da finde ich was über Glastonbury. Zum Beispiel, deshalb habe ich mir so ein Ding gekauft. Och Mann, Jason, es ist so schade, dass du keine E-Mail-Adresse hast. Ich kann dir so schöne Fotos von Glastonbury schicken. Ich weiß doch, meine Frau, die kriegt ja jeden Tag so, ich weiß auch nicht, wie viele Nachrichten, allen Scheiß kriegt die, wenn der eine sagt, mir ist beim Spülen eine Tasse runtergefallen und ja, mein Gott, oder alle sagt, ich habe heute Dünnschiss und ach, die schreiben alle, ich möchte den Mist. Du, ich poste so einen Scheiß nicht. also ich, nee, aber andere posten, das ist heilig. Ich habe auf Facebook, ich poste meinen Kram, also wenn ich irgendwie was einen Beitrag oder so mache oder Fotos von irgendwelchen, also wenn ich jetzt, wenn wir beide jetzt hier sitzen, dann poste ich natürlich ein Foto, weil ich bin mega geehrt, aber ansonsten bin ich da, also ich, ja, wir kriegen dann Bilder von irgendwelchen Sexgeschichten meistens und ja, da kann man, ein paar sind ja ganz lustig, ne, ein paar Witze, aber ich erzähle selbst die meisten Witze und da brauche ich die anderen nicht. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich, dass wir das, ich würde das beim nächsten Mal, würde ich sagen, wir treffen uns bei dir entweder in Dortmund oder zu Hause und dann zeigst du mir, alles sehen, die Schreibmaschine, die kennen das ja, ach, die Schreibmaschine, genau, da ist noch eine schöne Geschichte. Erzähl. Vor ungefähr drei Wochen kam eine Freundin an mit ihrem Mann, wir sind schon, ach, wir kennen uns von der Kinder im Kindergarten waren, sagst, hör mal, wie ist das eigentlich mit deiner Schreibmaschine? Brauchst du wieder welche? Ich denke, ja, könnte ich, nur eine Ersatzmaschine könnte ich, könnte ich gebrauchen. Ja, sagt sie, ich gucke mal im Internet nach und so weiter und dann hat sie eine gefunden, außer die ich habe, die Monika, hat sie gestellt, ich habe 40 Euro bezahlt und denke, ach, ich stelle sie erst mal weg mit der alten Schreibmaschine. Drei Tage später geht die alte kaputt, die Walze, konnte nicht mehr, bumm, da war ich aber froh, dass ich eine neue hatte. Soll ich dir was sagen? Meine, ich habe noch so eine, ich meine, ich habe ja mittlerweile Computer und iPhone und Zeug und ich habe meine alte Blindenschreibmaschine, die ist jetzt, warte, die habe ich im September 87 bekommen, da war ich 13. Das heißt, die ist jetzt fast 34 Jahre alt und diese Maschine, die habe ich an der Schule behängt, weil ich fand das immer so gemein, die anderen hatten, ich war ja auf einer ganz normalen Regelschule und die anderen hatten alle schöne, bunte Stifte und tolle Etuis und ich hatte nur mein Metallding da, dieses Riesenteil und dann habe ich gesagt, naja gut, dann muss ich meine Maschine aufpimpen, dann muss ich die schön machen, dann habe ich die mit Strass behängt und mit bunten Aufklebern und mit Flyern und die sah dann ganz speziell aus und die habe ich immer noch und die schätze ich und wenn die kaputt geht, dann muss ich die immer reparieren, weil die versteht meine Schrift. Ja. Die ist super. Das ist gut. Von dem kann ich das mit deiner Monika total verstehen. Ja, nebenbei. Ja, die war auch überall mit mir auf Reisen, die war auch in Glastenburg. Ja, meine auch, war auch schon im Mittelurlaub. Ja, auf Sylt und in Bergen waren sie auch schön. Ich hoffe, ja, wir sehen uns dann, wenn es dann irgendwas Nettes gibt zum 150. Ja, irgendwo, ja, gibt's wohl hier was, ne? Das ist was Nettes? Das hoffe ich, ja. Ja, das finde ich ja wohl schwer hoffen. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen. Und wie gesagt, beim nächsten Mal machen wir eine schöne Home-Story und dann freue ich mich total. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich mit dir sprechen kann. Und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen und danke dir nochmal für das tolle Sprechen. Ich bedanke mich. Ich mache das gerne, das Interview. Du hast immer so schöne Fragen. Ist nicht so steif. Super, wunderbar. Ich freue mich schon aufs Nächste. Also ich kann den Podcast also noch weitermachen, ja? Ja, aber sicher doch. Volles Rohr, wie man so sagt. Leute, das war das, was ich in diesem Vorstellungsgespräch heute oder in diesem Jahresgespräch vom Chefe hören wollte. Ich darf noch für euch weitersenden. Ah, plumps macht der Stein, der vom Hessen fährt. Ich danke dir. Bitte, bitte. Ich freue mich, habe mich gefreut und freue mich aufs Neue. In diesem Sinne, rin in die Rinne, wie ich immer sage. Bye. Also ich muss sagen, jedes Mal, wenn ich mit Jason Dark spreche, habe ich danach immer super gute Laune. Also Resultat lässt sich doch ganz gut an, oder? Ich meine, Adoption haben wir geklärt. Check. Nächstes Jahr dann hoffentlich bei Jason Dark zu Hause. Vielleicht lernen wir ja mal die legendäre Schreibmaschine kennen. Vielleicht hat er sie ja noch aufgehoben, auch wenn sie jetzt kaputt ist. Check. Ja, und ich habe seinen Segen weiterzumachen. Doppelcheck. Ich würde sagen, läuft, oder? Ich hatte in den letzten elf Monaten unglaublich viel Spaß, habe unfassbar viel gelernt und habe noch richtig viel Bock auf mehr. Und wenn das bei euch auch so ist, dann hält mich nichts auf. Am 10. September gibt es dann wieder den Fan-Podcast. Wir hören uns dann hoffentlich am 8. Oktober wieder. In der Zwischenzeit, liked uns auf Facebook, guckt den John-Sinclair-Night-Talk mit Hannes Bender und abonniert uns auf YouTube und yes, folgt uns auf unserem nagelneuen Instagram-Account. Yes, wir sind jetzt auf Insta. Geisterjäger unterstrich John unterstrich Sinclair. Ich wiederhole das nochmal. Geisterjäger unterstrich John unterstrich Sinclair auf Instagram. Wir sind da. Bis dahin. Ich würde sagen, wir hören uns. Tschüss. Musik 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 Musik